Oh, du lootest mir einfach hinterher. Oh mein Gott. Ja, lernt erstmal da drauf zum Landen im Mongo. Oh verdammt. Was hast du gemacht? Ich glaub, das ist ein Heul-Ding. Peter Gruß. Ja, wer bin ich? Paul. Oh. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Was machst du? Wait, Peter macht die Zone-Speed-Damage. Oh, wait, das ist eine Grenade. Oh mein Gott. Er hat sie zwar gesehen, aber ich glaube, er hat sie nicht gesehen. Danke, Paul. Hätte ich auch rüberfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hat es schon zwei Mal genug. Oh. Erstmal eine Abrinalinspritze rein. Lecker, lecker. Paul, bitte keinen Umfang. Das machen wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nisla Er philosophiert Für meinen Namen Nisla Nisla Ich hab auch gehört bei Markus Ich glaube ich zieh den längeren So wie immer mit meinem übelsten harten Schwanz Rick da bist du Mein Löwe mein Bär wir haben dich vermisst Hallo Moin und so Leute Hendrik mein Hase mein Bär Das war mit Absicht Luis In Latein heißt er wie ich Kikero Ist dann Luis gesagt? Du hast mich schon mal beleidigt Maul Wir können doch eigentlich hier bleiben Wir fahren nicht zu Fuß Wir fahren nicht zu Fuß Das ist richtig Moment die Drohne muss noch eingesackt werden Digga Kannst dich auch bewegen dabei Ja kann ich aber wenn sie hinterher fliegt Jetzt Dann los Du fährst Oh lol Ja wir können wieder zusammen tanzen Boah Gibt's hier noch irgendwas Oh ich hab nicht mal Schaden bekommen Oh Neymar Junior Neymar 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 Ich hab wieder Er stand Alter Alter Freie Bahn Für freie Bürger Hey wein wir wein Kennst du die Geschichte Mit dem Glas Und den Schieß Der ist Bier wein Bier Nein Okay Also Ich hab ein Glas Und dann tue ich ein Glas Dann ist das Glas voll Aber ein Bier passt trotzdem mal rein Ja was ist für eine Scheiße Das ist Das ist schlau Ich kann diesen Dreckshelm nicht mehr sehen Ich dropp den So wie Anna für Markus ne So wie Anna für Markus ne Welcher Anna? NICHT 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 Hast du geklippt? Junge Alter warum werde ich so mies aufgegabelt? Und warum kann ich nichts dagegen tun? Man kann leider nicht hupen Stell dir vor ich würde hupen Ja Stell dir vor ich würde einsteigen Oh das ist das echte Was? Achso von den Leuten Ja von den Leuten Ich mach kurz mal mit Klassischer Jaul sich an die Füße stemmen Von reichen Leuten Bereichen Typisch Ja Die müssen nicht reich sein Warte ich spring genau im richtigen Moment hoch Okay? Alter 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 geht Alter geht Wir nehmen die mit Ich hab am Dienstag noch mit Papa Der Jurassic World geguckt Das war echt traurig Wie heißt immer der mit dem langen Hals? Meinen sie ist sein Vater oder? Ne oder? Haha Noch im Panzerwagen Neu Glaube ich jetzt nicht Wie geil ist das denn? Für eure neuen Teammates Fahr uns mal so Was ist Vernissage Alter? Da werden so Werke von was auch immer ausgelegt und dann geht man so rum und guckt sich das alles an Ja Wieso? Ist der bei einer Wernis harsch? Ja Auf die Reel Wär Alicia Haha Ja Lol Echt? Ja Mit Anlauf Ok ok Ne Ja Ja Nice Jo erst Das hättest du grad klippen müssen Wieso? Achso Wenn du die lootest Ist da so ein 5 Also ist es wie bei so einem Würfel quasi Da hast du so 5 Augen und nur eins davon ist voll Was? Henrik Die ist komplett entspannter Hendrik Ich brauche noch 5,5,6 Harmonie bitte Ey Was hast du denn? Paul Was machst du da? Was hast du denn? Ja Ich brauche noch mal Was hast du da? Ich brauche noch mal